Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder Natural Disasters. Ich muss mal Roblox... Wie gesagt, willkommen zu einem neuen Video von Roblox. Heute spielen wir mal wieder Natural Disasters. Aber ich wollte euch sagen, schaffen wir die 7000 Abonnenten? Schreibt ja in die Kommentare, wenn ihr sagt, dass es funktioniert. Wenn ihr ja in die Kommentare schreibt, dann abonniert uns. Ich möchte aber 7000 Abonnenten. Also... Oh shit, ich werde es gar nicht überleben. Ja! Ich habe... Oh mein Gott... Ich muss den Charakter zurücksetzen, damit ich wieder voll Leben habe und nicht den Apfel essen muss. Okay, gut. So sieht natürlich unser Scan aus. Und wir heißen... Wir heißen... Natürlich... Hier seht ihr es ja. Tim Moxian. Tim Moxian. Tim Moxian soll das heißen. So heißt auch unser Kanal. Wenn ihr uns unbedingt mal beitreten wollt, dann... Ich nehme jeden als Freund an. Schickt mir einfach eine... Eine Anfrage. Damit ich euch... Oder... Kommt einfach... In Natural Disasters rein. Schickt mir eine Anfrage, damit ich euch... Äh... Damit ihr mich als Freund habt. Tornado. Lass dich nicht erwischen. Oh oh. Was? Oh! Oh! Oh mein Gott! Nein! Wo sind meine Noobs hin? Jo! Was war das denn? Oh nein! Das ganze Gebäude geht einfach von unten kaputt. Ich lebe noch. Ist ja richtig gut. Ist ja... Ich hab doch dieses... Minecraft in Roblox Video letztes Mal gemacht. Ja. Oh no! Oh no! Ich hab meinen Arm verloren. Ich kann keine Sachen mehr in die Hand nehmen. Kann ich doch... Kann ich noch winken? Ach... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh nein! Nicht meine Beine! Nicht meine Beine! Nicht meine Beine, bitte! Nicht meine Beine! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein! Ich kann gar nicht mehr den abziehen! Die Hand nehmen! Das ist ja richtig. Meine Füße. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Guck mal, wie ich aussehe. Das ist ja furchtbar. Guck mal, wie ich aussehe. Wie das aussieht, wenn ich hier an diesen Typen rumklettere. Ich mach mal die Spielerliste wechsle. Wie ich einfach aussehe. Ich hab einfach meine Körperteile verloren. Das ist einfach gar nicht gut. Aber, wenn ihr uns in real life sehen wollt, dann gebt tausend Abonnenten. Dazu noch siebentausend Abonnenten. Habt ihr nicht verstanden? Okay. Das. Ich muss Roblox leiser machen. Ich hab jetzt Roblox ein. Oh shit. Wie soll ich jetzt da runterspringen? Ich hab den Roblox ein. Ich hab den Roblox irgendwie geklebt. Oh nein. Oh nein. Was soll ich das da runterspringen? Entschuldigung, mein Kopfhörer ist runtergefallen. Aber bald wird ein Timmex in Sonnen rauskommen. Ich hab den Roblox in Sonnen, mein Kopfhörer ist runtergefallen. Und was soll ich das? Oh mein Gott, was soll ich das? Oh mein Gott, was soll ich das? Oooooooohhhhhhhhhhhhhhh